Bhutai Asana. Die Stellung des Yogameisters Bhutai. Moritz zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist Hockstellung. Du hockst auf den Füßen, Fußsohlen flach am Boden. Dann gibst du die Knie auseinander und gibst den Brustkorb zwischen die Knie. Und dann gibst du die Oberarme unter die Schienbeine und gibst die Hände zum Rücken hin. Wenn es geht, verhakst du die Finger oder faltest die Hände. In Variation 1 schaust du dabei nach vorne und schaust zum Punkt zwischen den Augenbrauen. In Variation 2 senkst du den Kopf auf den Boden und schaust zur Nasenspitze. Variation 1 von Bhutai Asana ist gut, um dich zu aktivieren. Und Variation 2 ist eine schöne Ruhehaltung. Bhutai Asana ist also eine der 84 Asanas, die nach großen Yogameistern benannt werden. Also nach den Nath-Siddhas. Und diese 84 stehen alle für eine bestimmte Meditationstechnik. Sie stehen für eine bestimmte Richtung in dem Hatha-Yoga, wie auch im Tantra und jeder Art von Hatha-Yoga. Diese 84 werden beschrieben in den Navanatha-Chawrasi-Siddha-Bhala-Sundhari-Yoga-Maya sowie im Navanatha-Chawrasi-Siddha. Gut, also es gibt 84 Asanas und diese sind nach Siddhas benannt. Und die findet man auch in einem berühmten Tempel in Yodpur, Rajasthan, eben im Mahamandir dort. Diese Stellung hilft auch für die tiefen Verdauungsorgane. Es ist eine gute Stellung für die Fußgelenke, die Knie und die Hüftgelenke. Die bekommen maximale Flexibilität. Daher gilt diese Stellung auch als verjüngend, weil gerade Knie, Hüft und Fußgelenke sehr wichtig sind, um lange jung und flexibel zu sein. Interessanterweise, die meisten der Sitzhaltungen der 84 Nath-Siddhas sind solche aus der Hockstellung. Mehr Informationen über all diese Asanas und über die Nath-Siddhas findest du auf wiki.yoga-vidya.de Das war's für heute.